Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen hier auf Sternenkraft mit einem neuen Video, wo ich eure Fragen an Anna 4 beantworten möchte. Ja, ich weiß, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt, wo ich das Kartenlegen auf meinen Zweitkanal verlegt habe, bleibt doch endlich einmal Zeit dazu, das auch zu tun. Bevor ich aber loslege, hier noch eine kurze Info. Ich habe auf meinem Zweitkanal ein Gespräch geführt mit einer lieben Freundin von mir, mit der Manu. Die ist Lebens- und Sozialberaterin und arbeitet im Bereich der Paarbereitung. Und wir haben dort eine neue Rubrik auf meinem Zweitkanal, wo wir über das Thema eben Partnerschaften, Beziehungen in der neuen Zeit miteinander reden. Und da reden wir eben dieses Mal passend zur Monatsqualität über die verletzte Männlichkeit und über die Heilung der männlichen Kraftenergie. Das Video verlinke ich euch hier oben und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Zweitkanal besucht, euch das Video anschaut, mir einen Kommentar, einen Daumen nach oben und eventuell auch ein Abo hinterlässt, damit ich den neuen Kanal ganz, ganz schnell aufbauen kann. Herzlichen Dank gleich mal dafür und auch herzlichen Dank hier für alle, die natürlich auch diesen Kanal mit Kommentaren und Likes und so weiter unterstützen. Und auch herzlichen Dank an alle, die mir immer wieder eine kleine Spende überweisen. Die Namen blende ich unten ein. Fühlt euch geherzt und gedrückt. Und es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, diese Arbeit hier machen zu dürfen, das mit euch teilen zu dürfen. Als hellhöriges Medium ist es so, dass das gehört zu dem Archetyp der Heiler. Das ist auch das, was ich in meiner Online-Ausbildung zur übersinnlichen Wahrnehmung immer wieder sage. Es gibt so Archetypen. Und zum Hellhören ist der Archetyp Lehrer. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich Heiler gesagt? Wenn ja, verzeiht. Archetyp Lehrer. Das heißt, das bedeutet, dass ich von der geistigen Welt geschult werde und das, was mich, meine geistigen Lehrer lehren, auch weitergebe. Und das ist das, was Anna Fia macht. Sie schult mich und ich darf das dann mit euch teilen. Und es ist mir wirklich eine große Freude und Ehre, das auch tun zu dürfen. Ich liebe diese Aufgabe. Und ich bin auch sehr dankbar dafür und auch dankbar für das tolle Feedback, das ich natürlich durch euch erhalte. Aber es ist mir auch mal ein Anliegen, euch zu sagen, ich bin genauso Schüler wie ihr. Ich bin auch Schülerin von Anna Fia. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sind denn eure Fragen und was kann ich euch von Anna Fia dazu erzählen? Ich schalte hier mal kurz um. Und hier habe ich von der Angela, ich selbst schlafe häufig schlecht und mein Verstand kommt schwer zur Ruhe. Kann das durch meine Hochsensibilität bedingt sein, dass ich möglicherweise Gedanken von Menschen aufnehme, die an mich denken? Und zum Astralreisen hätte ich die Frage, was der Nutzen und die Vorteile davon sind? Gut, liebe Angela, zwei Fragen sind das. Das erste, dass du schlecht schläfst, ob das mit der Hochsensibilität zu tun hat. Also Hochsensibilität hat nichts damit zu tun, dass man Gedanken von anderen aufschnappt. Das sind, wenn, Emotionen. Das heißt, Menschen, die hochsensibel sind, die sind in der Regel feinfühlig. Das ist eben der mediale Sinn der Feinfühligkeit. Das heißt, die schnappen Emotionen von anderen Menschen auf und im schlimmsten Fall identifizieren sie sich damit. Also ein typisches Beispiel für hochsensible Menschen oder für Menschen, die eben die mediale Begabung der Feinfühligkeit haben. Die steigen in einen vollen Bus ein, fröhlich, und steigen traurig aus und wissen nicht, warum sie traurig sind und haben aber die Traurigkeit von einem der Mitfahrer in dem Bus einfach aufgeschnappt. Das ist zum Beispiel Hochsensibilität. Gedanken aufschnappen, das tun manchmal hellhörige Medien, das kenne ich auch. Das ist aber was ganz anderes. Das ist nicht schön. Die meisten Hellhörigen trauen sich nicht mal drüber zu reden. Das sieht so aus, dass so kranke Gedanken da sind. Ja, das kann sich wirklich so zeigen. Du siehst irgendwie einen Schutz, jemanden, der eigentlich Schutz bedarf, ein kleines Kind, alten Menschen, ein Tier, und plötzlich kommt dir der Gedanke, du könntest jetzt einfach aufstehen und dem etwas Schlimmes antun, da einfach hingehen und dem eine runterhauen. Und du weißt genau, du würdest sowas nie denken, du würdest sowas nie tun. Das entspricht dir gar nicht. Das sind die kranken Gedanken im kollektiven Feld, die vor allem hellhörige Medien aufschnappen können. hochsensible Menschen fühlen sich in der Einsamkeit, also alleine im Bett, eigentlich sehr wohl. Das heißt, diese Schlaflosigkeit hat vermutlich mit etwas anderem zu tun, aber es kann zum Beispiel sein, dass du untertags, wenn du hochsensibel bist, Emotionen von anderen Menschen aufgeschnappt hast, dich selbst damit identifizierst und anstatt durchlässig für diese Emotionen zu werden, sie praktisch bei dir behältst. Und das lässt dich mitunter nicht schlafen. Das kann eine Möglichkeit sein. Ich kann es dir aber nicht konkret beantworten, weil es nämlich sehr individuell sein kann. Und das müsste man in einem persönlichen Gespräch wirklich herausfiltern, ob es das auch tatsächlich ist. Das wäre aber eine Möglichkeit. Die zweite Frage, der Nutzen von Astralreisen. Also auf jeden Fall, der größte Nutzen, den es für mich hatte, ist, für mich war es der hundertprozentige Beweis, dass ich auch außerhalb des Körpers existiere. Weil in der Astralreise ist es so, dass es fühlt sich alles genauso an, wie wenn du im physischen Körper bist. Da ist kein Unterschied. Es ist zu 100 Prozent real. Wenn ich jetzt medialen Kontakt mit einer Vier habe, dann ist da immer noch so, es ist nicht ganz hundertprozentig klar, könnte ich sagen. Ja, da ist immer noch so ein Teil, vor allem in der Anfangszeit war immer so ein Teil von mir, Entschuldigung, nur mal das Kabel daherhängen, und das ist irgendwie runtergegangen. So ein Teil von mir, der sich denkt, ich könnte mir das vielleicht auch ausgedacht haben. Das Einzige, wo mir dann klar ist, ich habe es mir nicht ausgedacht, ist, dass ich die Antworten, die es mir gibt, selber gar nicht wusste. Aber ich habe viele Jahre gebraucht, um diesem Prozess zu vertrauen, um zu lernen, wann sind es wirklich meine Gedanken und wann spricht Anna Vier jetzt telepathisch zu mir. Das war ein wirklicher Prozess, und dem auch Vertrauen und das Unterscheiden zu lernen. Wenn du eine Astralreise erlebst, dann weißt du sofort, das ist real, das ist eine Astralreise. Das heißt, du hast diesen hundertprozentigen Beweis, dass du wirklich eine unsterbliche Seele bist. Das ist Nutzen Nummer eins. Nutzen Nummer zwei, du kannst den spirituellen Prozess massiv beschleunigen, weil um Astralreisen zu lernen, musst du dich all deinen Ängsten stellen. Das ist nicht so ohne, aber du beschleunigst dadurch deinen spirituellen Prozess enorm. Und wenn du durch diese Angstbarriere durch bist, hast du die Möglichkeit, ganz real auf deine geistigen Lehrer zu treffen und wirklich eins zu eins von ihnen geschult zu werden. Das ist der Nutzen der Astralreise. Es gibt andere Wege. Man muss nicht diesen Weg gehen, der wirklich sehr viel Mut fordert, weil, wie gesagt, man muss sich eben diesen Ängsten stellen und man ist schon, es fordert einen gewissen Mut, diesen Weg zu gehen. Die Abenteurer unter euch, die werden sagen, ja, geil, mache ich und ich sage euch eins, es lohnt sich, so schlimm ist diese Angstbarriere auch nicht. Am Anfang geht man halt mal aus dem Körper, dann steht was Gruseliges im Zimmer, man erschrickt, huscht in den Körper herein, das war es schon. So, und das führt mich jetzt zu einer weiteren Frage, die ich da gelesen habe, nämlich eben auch in Bezug auf das Astralreisen, hier habe ich leider keinen Namen, aber hier steht eine langjährige, schon vergessene Frage beantwortet, danke. Also da ging es um ein Video über das Astralreisen, gerne. Damals wurde ich gewarnt, es nicht zu tun, denn es befinden sich auf dieser Ebene wohl Schwarzmagier etc., die darauf warten, dass du dich in diesen Gefilden befindest, um deine Silberschnur zu durchtrennen und deine Seele verloren ist. Und jetzt kann ich endlich diese Frage stellen, stimmt das so? Oder war es nur wieder eine Angstmache, um das Weitervordringen auf Erkenntnisse zu stoßen, die wir im Beta-Bewusstsein nicht erlangen konnten, zu unterbinden? Liebe Grüße. Ja, ganz genau. Das ist Angstmache. Das kann tatsächlich nicht passieren. Ich wüsste von keinem einzigen Fall, wo das bereits passiert wird und es ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Erstens, wenn die Silberschnur durchtrennt wird, und es ist übrigens sehr umstritten, ob die Silberschnur wirklich existiert, denn manche sehen sie und manche nicht. Die Silberschnur könnte rein theoretisch eine Manifestation von uns selbst sein, um uns zu beruhigen, wenn wir auf Astralreise sind. Dass wir sagen, okay, ich habe diese Schnur, die mich zurück zu meinem Körper führt, also als Beruhigung. Andere sagen, es ist real und manche sehen es einfach nur nicht. Also gerade jetzt so im Vergleich Dirk und ich, Dirk sieht seine Silberschnur, wenn er auf Astralreise ist. Ich sehe meine nicht. Da ist einfach keine Schnur, wenn ich aus meinem Körper steige, die mich mit meinem Körper verbinden würde. Es reicht an meinem Körper zu denken, ich bin wieder dort. Jetzt ist einfach nur die Frage, ist es eine Manifestation, diese Silberschnur von uns, um uns Sicherheit zu geben und die einen brauchen diese Sicherheit, die andere nicht. Oder ist es einfach so, dass manche aus irgendeinem Grund sie einfach nicht sehen können. Allerdings, dass da irgendwelche Wesenheiten sie durchtrennen und unsere Seele wäre dann verloren, das ergibt schon mal keinen Sinn, weil die Silberschnur, wenn sie existiert, tatsächlich ohnehin im Todesmoment durchtrennt wird. Und die Seele ist dann auch nicht verloren. Die Seele ist dann einfach nur vom Körper losgelöst und kann sich dann auch frei ohne diesen physischen Körper verbinden. Der Körper bekommt keine Lebensenergie mehr von der Seele zugeführt und stirbt. Und die Seele ist praktisch frei vom Körper. Dass da jetzt Wesen wären, die ein Interesse daran hätten, uns zu töten, das ergibt auch keinen Sinn. Denn auf der Astralebene, diese Wesenheiten, die uns Menschen unter Anführungszeichen manipulieren, die wollen uns als Menschen inkarniert und die ernähren sich teilweise vom Schmerz, von der Traurigkeit, vom Leid. Wenn wir aus dem Körper raus sind, haben die nichts mehr von uns, wenn sie uns töten. Die haben vielleicht eher ein Interesse daran, uns zu erschrecken, uns irgendwie in die Irre zu führen, uns Angst zu machen, sodass wir, wenn wir dann zurück sind von der Astralreise, uns zukünftig fürchten davor, durch diese Angst ihnen Futter geben. Ich wüsste allerdings auch nichts von solchen Geschichten, muss ich gleich dazu sagen. Das war jetzt nur rein theoretisch. Ich würde eher sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, dass da irgendjemand da wartet, unsere Silberschnur zu durchtrennen. Und auch Gerüchte, dass jemand unseren Körper besetzen könnte. Das gibt es ja auch. Das geht auch nicht. Das ist nicht so einfach. Das muss eine sehr, sehr alte, reife Seele sein. Weil der Körper ist praktisch auf unsere Seelenfrequenz programmiert. Jede Seele hat eine eigene Frequenz und jede Zelle schwingt in unserer Seelenfrequenz. Es kann keine andere Seele den Körper beleben und uns verdrängen daraus. Sowas wie Besetzungen, die sind eher in der Aura. Die halten sich im aurischen Feld auf, aber sind nicht direkt im Körper und lenken und steuern den Körper. Die können uns höchstens Gedanken einspielen. Und auch da, umso klarer du bist, umso weniger können sich eigentlich Besetzungen noch anhaften an dir. Also auch spirituelles Bewusstsein, spirituelle Weiterentwicklung ist eigentlich der Weg, sich davon zu befreien. Und deswegen können sich auch auf Astralreisen, kann sich nichts an dir anhaften. Das Einzige, was eben passiert, ist, wenn man aus dem Körper anfangs aussteigt, dass es sein kann, dass sich deine eigenen Ängste manifestieren und du wirklich irgendwelche Fratzen siehst oder Dinge hörst, die aber in Wahrheit nur deine eigenen Ängste widerspiegeln, die sich manifestieren. Und wenn du zu denen sagst, zeig mir dein wahres Gesicht, dann lösen sie die sich auf. Meistens ist es aber am Anfang so, dass wir einfach so sehr erschrecken vor dem, dass wir schwupp wieder im Körper drinnen sind und der ganze Spuk ist sowieso vorbei. Es ist auch nicht so, dass wir uns verirren können und nicht zurückfinden können in den physischen Körper. Ganz im Gegenteil, als Astralreiseanfänger ist es eine Kunst, draußen zu bleiben. Denn kaum bist du draußen, es vergehen oft am Anfang drei Sekunden und schwupp und es zieht dich schon wieder hinein in den Körper. Man muss erst einmal lernen, länger draußen zu bleiben. So, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Es gibt tatsächlich nichts zu fürchten, außer wenn man Angst hat, mit den eigenen Ängsten konfrontiert zu werden. Hier habe ich jetzt noch eine letzte Frage, die ich heute beantworten möchte. Und zwar von der Gabi. Die Frage ging entweder an mich oder an Dirk. Ich habe sie jetzt mit hier hineingenommen. Wenn eine Seele den Körper verlässt, dann wird sehr oft gesagt, sie geht jetzt ins Licht. Ich habe nun aber gehört, dass es nicht gut ist, die Seele ins Licht zu schicken, sondern man soll sie nach Hause schicken, zurück zu unserem Schöpfer. Wenn sie ins Licht geschickt wird, habe ich gehört, bedeutet dies, dass die Inkarnation eine Endlosschleife ist. Vielleicht könnt ihr beide so liebenswerterweise mir da mal Klarheit verschaffen. Das ist ein heikles Thema. Die Lichtfalle heißt sie auch oft. Also geht bitte ja nicht ins Licht, wenn ihr gestorben seid, sagen viele, weil da seid ihr in der Endlosschleife vom Inkarnationszyklus gefangen. Okay, ich sage euch mal, was ich weiß vom Astralreisen her und auch von einer 4. Tatsächlich ist es so, wenn ihr stirbt und die Seele verlässt den Körper, dann geht so eine Art Lichttunnel auf, der euch in das Astralreich führt, das mit euch am stärksten in Resonanz geht. Astralreich bedeutet tatsächlich nicht heimgehen in die göttliche Quelle. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es geht eigentlich gar nicht darum, nach Hause in die göttliche Quelle zu gehen, außer ihr wollt das. Also wer wirklich heim möchte in die göttliche Quelle, der kann tatsächlich nach dem Todesprozess also anfordern, jetzt nach Hause geschickt zu werden oder nach Hause zu gehen oder auch zu dem Licht sagen, ich will das echte Licht sehen. Aber es reicht eigentlich das Bewusstsein darüber auf, dass dieses Licht einem eventuell eben auf Astralebenen führt, die noch nichts mit dem Endergebnis zu tun haben. Die meisten Menschen sterben unbewusst. Also die glauben oft nicht mal an ein Leben nach dem Tod und dann sterben sie und dann gehen sie aus dem Körper und dann ist dann ein schönes Licht und dann, wow, wusste ich ja gar nicht, dass es das gibt und dann gehen sie in das Licht und dann erfahren sie das, was sie für den Himmel halten und sagen, wow, okay, das ist es jetzt, ja, jetzt bin ich zu Hause. Dort leben sie dann eine Zeit lang glücklich mit Gleichgesinnten und dann merken sie irgendwann, hm, irgendwas fehlt, ich möchte eigentlich noch was lernen, hm, ich gehe nochmal zurück auf die Erde, weil ich habe noch nicht fertig gelernt. Also so kann man sich das vorstellen und das ist kein Heimkehren in die göttliche Quelle in dem Sinn, obwohl alles ist die göttliche Quelle, wir sind immer in der göttlichen Quelle. Aber wir sind auch aus einem bestimmten Grund hier, wir haben auch uns bewusst die göttliche Quelle verlassen, wir wollten diese Erfahrungen machen. Einfach zu wissen, dass auch die Astral-Ebenen nicht echt sind, auch nicht die letzte Wahrheit beinhalten, wenn wir sterben, hilft schon, eine klare Entscheidung zu treffen, wo will ich denn hin innerhalb der Schöpfung? Will ich nach Hause in die göttliche Quelle, dann kann ich das tun. will ich woanders inkarnieren? Will ich wieder auf die Erde? Es gibt Wesenheiten, die haben ein Interesse natürlich daran, die Seelen in diesem Inkarnationszyklus drinnen zu halten, weil wie ich bereits gesagt habe, die ernähren sich von dem Leid, von dem Schmerz, das wir hier auf der Erde erfahren und die möchten, dass hier so viele Seelen wie möglich sind und bleiben. die können auch auf den Astral-Ebenen wirken. Ich habe mal ein Video gemacht, falsche Lichtwelten der Matrix, ich blende es euch gerne ein, wo ich eben darüber rede, beziehungsweise nicht ich, sondern Anna 4, das war eine Botschaft von Anna 4, wo es eben genau darum geht, wie die Seelen, wenn sie sterben, auch wenn sie sterben, und an etwas ganz Bestimmtes glauben. Deswegen ist Glaube manchmal, Glaube ist ein Werkzeug, aber dieses Werkzeug kann uns auch in die Irre leiten. Wenn ich zum Beispiel ganz fest an die Lehren der katholischen Kirche glaube, dann werde ich sterben und meine Seele geht in ein Astralreich, das mir eins zu eins den Himmel widerspiegelt, an den ich geglaubt habe. Wenn nämlich eine große Gruppe von Menschen an etwas glaubt, dann manifestiert sich das in der Astralwelt und wenn wir sterben, gehen wir dann dorthin, in diese Welt. Und da gibt es durchaus einen Himmel, wo jetzt Seelen sind, die strenge Katholiken waren und die da jetzt mit ihren Familien leben. Da gibt es Kirchen, die gehen nach wie vor in die Kirche und so weiter und so fort. Und es gibt zu jeder Glaubensrichtung auch einen Himmel. Und auch im Spirituellen ist es teilweise so, dass sich da schon so spirituelle Ebenen manifestiert haben, wo die Leute dann hingehen. Es geht aber gar nicht darum, wo wir hingehen, sondern dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir überall hingehen können, wo wir wollen, innerhalb der Schöpfung, zurück zum Schöpfer, zurück in die Einheit oder um. Und dass wir nicht praktisch unbewusste Spielbälle sind in diesen illusionären Welten. Weil diese illusionären Welten sind eigentlich unsere Spielplätze, wo wir als Seelen sagen können, auf diesem Spielplatz möchte ich jetzt spielen. Und wenn wir unser Bewusstsein verlieren, wenn wir zu unbewusst sind, dann kann irgendjemand kommen und uns auf diese Spielplätze setzen. Und diese Lichttunneln, wo manchmal davor gewarnt wird, das sind einfach Tunneln, die uns praktisch in diese Welt führen, die mit uns in Resonanz geht nach dem Tod. Sie sind an und für sich nichts Schlechtes. Wichtig ist es, bewusst zu sein, sich schon zu Lebzeiten eben damit zu beschäftigen, dass wir unsterbliches Bewusstsein sind und dass es viele Welten gibt im Universum und dass wir, wenn wir bewusst sind, auch frei entscheiden können, wo wir hingehen. Ich hoffe, diese Frage ist so klar wie möglich beantwortet. Das war es jetzt einmal wieder mit dieser Rubrik Eure Fragen an einer vier. Ich hoffe, ich konnte euch das eine oder andere weitergeben und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.